Liebe Freunde, ich habe gerade die besten 30 Minuten seit langem gehabt, weil ich fantastische, inspirierende Fotos mir angeschaut habe. Ich bin Andreas Martin von Fotoworkshop Stuttgart. In diesem Video will ich dich auf einen Wettbewerb hinweisen. Du kannst nichts gewinnen, der Wettbewerb ist schon vorbei. International Photography Award heißt das Ganze. Fotoawards.com ist die Webseite. Die Webseite ist öffentlich einsehbar und ich will dich kurz mitnehmen und ein paar Sachen darauf hinweisen. Warum ich dir das Ganze zeige, ich habe mit dem Wettbewerb nichts zu tun. Ich habe nicht gewonnen, ich habe ihn nicht veranstaltet. Ich kenne nicht mal den Veranstalter. Ich bin auch kein Juror, sondern ich bin Fotolehrer und ich will dich inspirieren. Bei den Awards. Wie bin ich denn da auf die Winners gekommen? Genau. Du klickst hier oben auf, also wenn du auf Fotoawards gehst, klickst du auf Winners. Dann kommt eine neue Webseite und die sieht erstmal klein aus. Du schaust dir mal den Ladebalken an und das hört aber nicht auf. Hier fantastische Aktfotografie mit diesen projizierten, fluoreszierenden Farben, tolle Pferdefotos, schöne Zeitreisen, fantastische Autofotos, Beauty, richtig, richtig, richtig toll. Hier konzeptionelle Fotos für Marketing. Wie geil ist das hier? Also, nach diesem Motto, aber auch das hier, gibt eine Kategorie, die heißt Professional Analog Film Portrait. Einfach ein cooles Bild. Ich will jetzt gar nicht alle Bilder zeigen. Ich habe hier tatsächlich über eine halbe Stunde sogar gescrollt und ich will dich jetzt noch ermuntern, das auch zu tun. Und nachdem du da dir alle Sachen angeguckt hast, Architektur, Tier, Sport, ist alles dabei, dann will ich dich darauf hinweisen, hast du nicht mal ein Viertel von allem gesehen. Weil man kann natürlich in die Bilder reingehen, teilweise kommen da Serien und dann gibt es nochmal diesen Klapppfeil. Standardmäßig werden dir nämlich nur die Professionals angezeigt, also die Berufsfotografen. Wenn du das angeschaut hast, unbedingt auch einmal in die Non-Pro-Version reingehen und ganz ehrlich, fantastische Arbeiten. Also das, was ich da gesehen habe, hier aus dem Makro-Bereich, hier das konzeptionelle Autofotografie auf dem Niveau von Werbefotografen. Also wirklich, wirklich tolle Sachen. Ich will jetzt gar nicht alles zeigen, das ist deine Freude, wenn du dir das anschauen willst. Und wenn du dann noch nicht genug hast, dann schau dir noch die Honorable Mentions an, also die gewürdigten, leider nicht Gewinner, also die Zweit- und Drittplatzierten. Auch da gibt es Unterkategorie Pro und Non-Pro. Einfach fantastisch. Warum ich dir das Ganze zeige, aus zwei Gründen, drei Gründen. Erstens, lass dich inspirieren. Wenn du Fotos dir anschaust von anderen, kannst du nur lernen. Du wirst nicht genau das gleiche Bild machen, wie hier Angelique Bossouin. Okay, naja, ich kenne kein Französisch. Aber du wirst dieses gleiche Bild nicht machen. Du hast nicht die gleiche Frau zur Verfügung. Du hast wahrscheinlich eine andere Analogkamera. Wenn du es mit einer digitalen machst, wird es leicht anders aussehen, auch wenn du es nachbearbeitest, etc. Aber du kannst dich inspirieren lassen. Vielleicht hast du ja, weil du solche Fotos siehst, hast du vielleicht Lust auf Architekturfotografie. Achtung, da kommt gleich noch Werbung. Lass dich inspirieren für neue Ideen, was du machen kannst, was du vielleicht auch mal ausprobieren willst. Vielleicht hast du, also als ich das hier gesehen habe, Ich habe meine Aktfotografie-Phase, naja, schon lange ad acta gelegt. Wo ich das gesehen habe, dachte ich, das ist wirklich mal ein wirklich neuer Ansatz. Dann gibt es auch noch eine Geschichte dazu. Einfach genial. Wenn das keine coole Aktfotografie ist, also sorry. Also Riesenlob hier an Michael Owuna. Ich hoffe, der verklagt mich jetzt nicht. Bitte nicht verklagen, ich will nur hinweisen, wie coole Bilder die Leute machen. Also unbedingt anschauen, in die Bilder reinklicken, inspirieren lassen. Vielleicht probierst du was Neues aus, vielleicht machst du was ganz Neues in der Fotografie. Und jetzt ganz zum Schluss noch ein klein bisschen Werbung. Wenn dich diese Art der Fotografie interessiert, dann könnte ein Fotokurs bei Fotoworkshop Stuttgart für dich das Richtige sein. Ich habe den fantastischen Trainer Tobias Trump, der aus Berlin angereist kommt und dir beibringt, wie du Schwarz-Weiß-Fotos auf diesem Niveau machen kannst. Da gibt es aktuell zwei Kurse, den Kurs 1 und den Kurs 2. Es gibt Termine, im Oktober ist vorbei, im November gibt es den Zweierkurs, den Aufbaukurs, aber auch im Januar wird es den 1er-Kurs wieder geben. Also da Schleichwerbung zu Ende. Ja, ich war sehr inspiriert von diesen Farbfotos, das sieht ein bisschen aus wie Walt Disney Concert Hall, aber einfach mit diesem Farbklecks. Farbklecks, simpel und wunderbar. Das hat mich sehr fasziniert. Christopher Rogel Blanquet, der hat in der Pflanzen, also wenn man Pflanzen anbaut, wird wohl ein bestimmtes Pestizid verwendet. Und die Leute, die das spritzen, die haben häufig fehlgeburten oder behinderte Kinder und diese Dokumentation trifft, die haben die eben eine Familie begleitet und das ist halt gigantisch. Er trägt den behinderten Sohn in eine mit Blumen geschmückte Kirche rein, wo eventuell auch Pestizid verseuchte. Naja. Ich will jetzt nicht zu sehr auf das Soziale eingehen. Unglaublich. Die Serie, guckt sie euch an. Auch das hier, Langzeitpflegeheim und die Isolation dadurch. Extrem emotionale Bilder dabei. Auch hier nochmal was aus dem Aktbereich. Unglaublich. Hier eine super tolle Serie, konzeptionell. Immer so ein Typ in einem Strahlenschutz oder wie auch immer in einem naja wahrscheinlich Corona-Schutzanzug. Das lustigste Bild fände ich das hier. Im Bagger sitzt er da. Also teilweise witzig, teilweise nicht so witzige Bilder. Du kannst lachen, du kannst weinen, du kannst dich inspirieren lassen. Es lohnt sich. Schau dir die Webseite an. Ich haue diesen Link einmal noch in die Videobeschreibung rein. Bleib inspiriert, mach neue tolle Dinge. Bis bald, dein Andreas.